Wie findest du, dass es jetzt so läuft im AJZ? Ist es so, wie du dir vorstellst? So, wenn es dir nichts ausmachen könnte, bleiben sie bleiben. Finden Sie es so, wie es jetzt läuft im AJZ? So, wie sie es sich vorgestellt hat? Ja, das ist genau das, wie wir gedacht haben, dass das rauskriegen dort unten. Weil nämlich, das ist eine totale Vereinigung für Chaoten und Vandalen. Und dort unten hat es massenhafte Kriminelle. Ich muss also sagen, ich freue mich auf den nächsten grossen Einsatz. Also dann schnappe ich mir wieder mal so einen. Verweigerung in Form von faustdickem Sarkasmus ist inzwischen schon fast ein klassisches Selbstanstellungsmittel. Viele von der sogenannten Bewegung haben überhaupt nicht wollen, dass das Fernsehen im AJZ filmt. Sie wollen nicht irgendwo zwischen Achselspray und Praline-Reklame als exotische Abwechslung einem braven Bürgerheim auf den Bildschirm geliefert werden. Die, die uns wirklich interessieren,